Eine neue kleine Abituraufgabe, Mathematik, Abiturprüfung 2019, Prüfungsteil A aus Bayern. Herzlich willkommen bei Mathe mit Rek und herzlich willkommen auf dem Weg zum besten Mathe-Abi deines Lebens. Hier in diesem Programm, Automatte-Abi, möchte ich dir immer zeigen, naja, welche Tools und Rezepte du in einem Mathe-Abi anwenden kannst, um darin richtig erfolgreich zu sein. Heute mit einer originalen Abituraufgabe und ich werde dir alle meine Gedanken mitteilen. Wir gehen die Lösungen Step by Step durch, ganz detailliert, ganz genau, damit du verstehst, wie man so ein Abi richtig, richtig gut lösen kann. Okay, wenn du jetzt nicht aus Bayern kommst, sag bitte nicht, ach, Bayern ist alles nicht meins, damit habe ich nichts zu tun. Das ist die gleiche Mathematik und du kannst da viel mitnehmen. So sieht das Deckblatt hier aus, Abiturprüfung 2019, da steht hier noch ein kleiner Text, den bitte immer gut durchlesen. Dann kann man hier noch seinen Namen eintragen, ich mache das mal, ich heiße Rick. Dann schauen wir uns die Sache mal an. Analyse ist Aufgabengruppe 1. Warum Aufgabengruppe 1? Na, weil es zwei Aufgabengruppen gibt, nämlich Aufgabengruppe 1 und Aufgabengruppe 2. Und da konnte eine Wahl stattfinden. Diese Aufgaben dürfen nur in Verbindung mit den zur selben Aufgabengruppe gehörenden Aufgaben im Prüfungsteil B verwendet werden. Also Prüfungsteil A muss Hilfsmittel freigelöst werden. In Prüfungsteil B sind Taschenrechner, Formelsammlung und andere Hilfsmittel gestattet. Okay, erstmal viel Text, wir sehen ja auch noch ein Koordinatensystem, sieht nach einer ganzen Menge aus. Davon bitte nie ablenken lassen. Also wenn es viel Material ist, einfach ruhig bleiben. Konzentrier dich darauf, zunächst einmal die Aufgabenstellung aufmerksam zu lesen. Dafür einmal kurz Zeit nehmen, gerne das Video kurz pausieren und die Aufgabenstellung einmal gründlich durchlesen. Okay, nachdem du aufmerksam gelesen hast, wählst du drei Textmarker aus. Ich habe hier die folgenden drei Farben gewählt. Gelb, Grün und Blau. In Gelb werde ich gleich die Operatoren markieren. In Grün werde ich die gegebenen Infos markieren. Und in Blau werde ich alles markieren, was gesucht ist. Das alles hilft mir, den Text präziser zu verstehen und all die wichtigen Sachen vernünftig rauszuarbeiten. Also ich möchte zunächst einmal die Aufgabenstellung lesen, dann möchte ich die Ruhe bewahren und dann möchte ich die Aufgabenstellung präziser analysieren. Präziser analysieren ist eine richtig geile Idee. Und damit fangen wir mal an. Aufgabe 1. Okay, dann schauen wir mal. Ich starte immer mit Gelb. Also ich möchte immer zunächst die Operatoren sauber und ordentlich herausarbeiten. Denn ich möchte immer wissen, was ich bei dieser Aufgabe eigentlich tun muss. Damit fang ich gerne an. Kannst du gerne auch so machen. Würde ich auch empfehlen. Aber wie du es letztlich machst, ist dir überlassen. In Aufgabe 1 habe ich diese seltsame kleine E-Funktion. Da muss ich etwas bestimmen. Bestimmen bedeutet nicht zwangsläufig berechnen. Hier werde ich aber um eine Rechnung nicht drumherum kommen. In Aufgabe 2. Da habe ich eine Unterteilung in 2a und 2b. In Aufgabe 2a soll ich etwas zeigen. Und in Aufgabe 2b muss ich bestimmen auch wieder. Das heißt, du musst dich erstmal gar nicht verrückt machen. Nimm dir einfach einen gelben Stift. Markiere erstmal die Operatoren. Ganz easy. Gar kein Problem. In Aufgabe 3 sollen wir etwas begründen. In Aufgabe 3a und in Aufgabe 3b ebenfalls. Da haben wir also einen Grafen gegeben in Abbildung 2. Und wir müssen zweimal etwas begründen. Aufgabe 4. Sieht jetzt kompliziert und viel aus, weil da noch eine Grafik drin steckt. Aber aufgabenmäßig ist das eine ziemlich einfache Kiste. Das kriegen wir gleich gut hin. Werde ich jetzt zeigen. Aufgabe 4a. Wir sollen etwas angeben. Geben sie an. Größt möglich ein Wert von k. Und so weiter. Und wir sollen etwas zeichnen. Wir sollen zeichnen. Naja, die Grafik haben wir ja schon vorgegeben. Koordinatensystem ist ja schon hier präsentiert. Da sollen wir nur etwas einzeichnen. Kriegen wir gleich auch hin. Aufgabe 4b. Da sollen wir nochmal etwas angeben. Und jetzt liest ihr mal nur einmal die Operatoren durch. Bestimmen. Zeigen. Bestimmen. Begründen. Begründen. Angeben. Zeichnen. Angeben. Da steckt schon viel drin. Und jetzt sind die Sachen, die wir gleich machen müssen. Dafür kriegen wir gleich nachher 20 Punkte. Die gegebenen Infos werde ich jetzt in grün markieren. In Aufgabe 1. Da ist eine Funktion f gegeben. Eine kleine E-Funktion. f von x gleich e hoch 2x durch x. Und der Definitionsbereich umfasst alle reellen Zahlen. Mit Ausnahme der 0. 0 darf ich nicht in die Funktion einsetzen. In die Funktionsgleichung. Na gut. Ist ja klar. Wenn x 0 wird, dann würde ich ja durch 0 teilen. Das ist ja nicht erlaubt. Mehr ist in Aufgabe 1. Nicht gegeben. In Aufgabe 2. Haben wir wiederum eine in R außer 0 definierte Funktion f. Mit der Gleichung von x gleich 1 minus 1 durch x Quadrat. Die hat die Nullstellen x1 gleich minus 1. Und x2 gleich 1. In Abbildung 1 können wir diesen Graphen sehen. Der ist symmetrisch zur y-Achse. Und es ist die Gleichung einer Geraden g ergeben. Die lautet y gleich minus 3. Das ist eine waagerechte Gerade, die sich im Abstand von drei Längeinheiten unter der x-Achse befindet. Und parallel zu dieser verläuft. Das sind die Infos aus Aufgabe 2. Graph einer Funktion ist hier aufgezeichnet. Wir haben die Funktionsgleichung. Wir kennen die Nullstellen minus 1 und 2. Wir sehen Achsensymmetrie. Und wir haben diese waagerechte Gerade, die der Gleichung y gleich minus 3 folgt. Okay. Aufgabe 3. Die nebenstehende Abbildung 2 zeigt den Graphen einer Funktion f. Einer der folgenden Graphen 1, 2 und 3 gehört zur Ableitungsfunktion von f. Wir haben den Graphen der Funktion in Abbildung 2. Und in Abbildung 3 sehen wir drei Graphen. Und einer davon gehört zur Ableitungsfunktion f'. Okay. Die Funktion F soll jetzt eine Stammfunktion von f sein. Dazu wird weiter erstmal nichts gesagt. Dann kommen wir zur Aufgabe 4a. Da haben wir die Schar hk. K ist Element der positiven reellen Zahlen. Und die Elemente dieser Schar, also die einzelnen Funktionen, die unterscheiden sich nur in ihrem Definitionsbereich. hk von x ist Cosinus x und dk, also der Definitionsbereich der Funktion, erstreckt sich im Intervall von 0 bis k. Und k ist diese positive reelle Zahl. Also die Funktion wird, je nachdem welches k wir wählen, halt irgendwo abgeknipst, wenn man so möchte. Und in Abbildung 4 sehen wir den Graphen von h7. Da geht die Funktion halt bis x gleich 7. So, wenn wir für k 4 wählen, würden wir die Funktion bei x gleich 4 abschneiden. Oder den Graphen besser gesagt. In Aufgabe 4b noch, da soll der Graph eine Bedingung erfüllen. Und zwar der Graph von j und der Graph der Umkehrfunktion von j haben keinen gemeinsamen Punkt. Ich würde das wirklich so empfehlen. Erst die ergebenden Infos, dann die gesuchten Infos. Das Bild kompletiert sich dann. Wir gehen ja mehrfach diese Aufgabenstellung durch und verstehen dann immer genauer, was wir da eigentlich tun müssen. Alles, was gesucht ist, wird von mir in blau markiert. In Aufgabe 1, die Lage und die Art des Extrempunktes. Okay. Dazu gibt es ein Rezept. Das werden wir gleich anwenden. Und da werden wir uns dann eben die 5 Punkte holen. In Aufgabe 2a sollen wir zeigen, dass einer der Punkte, in denen g den Graphen von f schneidet, die x-Koordinate 1,5 hat. Hm. Was machen wir da? Naja, im Zweifel. Ja, setzen wir f und g gleich und schauen mal, dass wir x1,5 rauskommen. Aufgabe 2b. Bestimmen Sie rechnerisch den Inhalt der Fläche, die der Graph von f, die x-Achse und die Gerade g einschließen. Dafür brauchen wir gleich ein bestimmtes Integral. In Aufgabe 3 sollen wir diesen Graphen angeben. Und wir haben vergessen, den Operator zu markieren. Oh, 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 oh. Ist nicht so schlimm, denn uns fällt es ja auf, weil wir ja den Text mehrfach durchgehen. Also angeben, noch ein weiterer Operator. Ja, wir sollen genau diesen Graphen angeben. Easy. Was sollen wir begründen? Naja, dass die beiden anderen Graphen dafür nicht in Frage kommen. Da müssen wir gleich ein Kriterium festlegen und schauen, okay, warum es dieser eine Graph ist und die anderen halt eben nicht. Aufgabe 3b. Geben Sie das Monotonieverhalten von f an. Also das Monotonieverhalten von Groß-F im Intervall 1,3 ist hier sucht und wir haben schon wieder einen Operator vergessen. Oh, oh, oh. Nochmal angeben. Ist kein Problem, wenn du beim ersten Durchgang nicht alle Operatoren findest. Du schaust es ja mehrfach durch, aber versuch dich trotzdem darauf zu konzentrieren, alle zu finden. Aufgabe 4a. Geben Sie den größtmöglichen Wert von k an, sodass die zugehörige Funktion hk umkehrbar ist. Und diese Information mit der Umkehrbarkeit, die würde ich nochmal in grün markieren und das auch nochmal eine zusätzliche, gegebene Info. Zeichnen Sie für diesen Wert von k den Graphen der Umkehrfunktion von hk in Abbildung 4 ein. Und genau so würde ich die Aufgabenstellung im Abitur analysieren. Ich würde dich dazu einladen, auch gerade vielleicht in der Vorbereitung so vorzugehen. Also wäre gerne jetzt schon mal deine drei Farben aus für Operator gegeben und gesucht. Und markiere auch in der Vorbereitung alle Aufgabenstellungen in dieser Art und Weise. Glaube, das könnte nützlich sein. Und dann schauen wir uns gleich mal die Lösungen dieser Abituraufgaben an. Ich möchte nochmal betonen, dass es sich um meine eigenen Lösungen handelt und nicht um die offiziellen Lösungen des Bundeslandes Bayern. Das ist immer wichtig zu sagen. Das sind meine eigenen Lösungen. Wenn du Lust hast, pausiere gerne einmal das Video und rechne die Aufgaben einmal selbstständig und schaue dir danach meine Lösungen und meine Gedanken an. Du kannst aber auch einfach direkt dranbleiben und direkt zuschauen, wie ich diese Aufgaben gelöst habe. Aufgabe 1. Gegeben ist die Funktion f mit f von x gleich e hoch 2x geteilt durch x mit Definitionsbereich df gleich r außer 0. Bestimmen Sie die Lage und Art des Extrempunktes des Graphen von f. Eine Extrempunktberechnung in Aufgabe 1a eines Abiturs ohne Taschenrechner. Und dann haben wir auch noch eine e-Funktion in einem Quotient eingebunden. Okay, macht auf den ersten Blick erstmal ein bisschen Angst. Da könnte man erst bedenken, ist ja nicht so geil. Aber es handelt sich hier um Standardrezept. Berechnung der Koordinaten des Extrempunktes. Und noch dazu kriegen wir dafür 5 Punkte. Kriegen für diese Aufgabenstellung 5 Punkte. Insgesamt kriegen wir für den hilfsmittelfreien Analysesteil gerade 20 Punkte. Das heißt, ein Viertel der Punkte steckt schon in dieser kleinen Aufgabe drin. Das ist ja schon mal krass. Okay, wir kennen das Rezept zur Berechnung der Koordinaten des Extrempunktes. Und das werden wir jetzt anwenden. Und wir starten natürlich mit Step 1. Step 1 lautet, notiere die notwendige Bedingung. Das schreibe ich nochmal auf. Notiere die notwendige Bedingung. Notiere die notwendige Bedingung. Die schreibe ich einfach immer auf. Und die lautet, f' von xe ist gleich 0. Die erste Ableitung soll an der Stelle xe 0 werden. Das ist die notwendige Bedingung. Und die werde ich immer aufschreiben. Sobald ich irgendwo Extrempunkt lese oder beziehungsweise sobald ich irgendwie identifiziert habe, dass ich die Koordinaten eines Extrempunktes irgendwie ermitteln soll, starte ich immer mit diesem Step. Immer notwendige Bedingungen. Step 2 heißt, leite ab. Denn die notwendige Bedingung sagt mir, was ich tun soll. In der notwendigen Bedingung steht ja f' von xe f' Erste Ableitung. Die erste Ableitung bilde ich hier mit Hilfe der Quotientenregel. Ich lende hier die Quotientenregel an. Naja, warum? Weil wir einen Bruchstrich haben und über und unter dem Bruchstrich ein x auftaucht. f' von x ist gleich. Es folgt ein etwas längerer Bruchstrich. Immer schön mit Linealarbeiten. Und jetzt werde ich die Quotientenregel anwenden. Notiere ich das nochmal hier oben. Quotientenregel. Quotientenregel. Also ich möchte eine Funktion u von x geteilt durch v von x ableiten. So schreibt man das mit so einem Ableitungsstrich hier oben. Dann lautet die Quotientenregel folgendermaßen. u' von x mal v von x minus v' von x mal u von x geteilt durch v von x zum Quadrat. Oder kurz u' v minus v' u durch v Quadrat. Jetzt kannst du, wenn du möchtest, ganz langsam und strukturiert diese Teilausdrücke ausformulieren. u von x ist gleich e hoch 2x. Das ist quasi der Zähler. Jetzt bilden wir davon die erste Ableitung u' von x. Da wenden wir jetzt die Kettenregel an. Das ist 2 mal e hoch 2x. Eine Ableitung innen mal Ableitung außen. Ableitung der inneren Funktion ist 2. Ableitung der äußeren ist e hoch. Das ist so eine Minikette. Eine Minikettenregel. Kein Problem. v von x steht im Nenner. Die Funktion heißt einfach x. v' von x ist 1. x abgeleitet ist 1. Und diese vier Ausdrücke werde ich jetzt neu zusammensetzen, damit eben die Gleichung der Ableitungsfunktion entsteht. Ich beginne mit u'. u' ist 2 mal e hoch 2x. x mal v ist x minus v' ist 1 mal u ist e hoch 2x. v² ist ziemlich easy. Da entsteht nämlich einfach x². Die Funktion u' heißt 2 mal e hoch 2x. Entsteht hier in gelb. Die Funktion v heißt x. in rosa deistet entsteht. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, mach das doch ganz entspannt. Ganz langsam. Quotientenregel aufschreiben, die Teilausdrücke formulieren und dann einfach zusammensetzen. Je schwieriger eine Aufgabenstellung für dich ist, desto kleiner sollten die Steps sein, die du anwendest. Wenn du schon schneller bist und es für dich alles easy peasy ist, dann musst du die Quotientenregel natürlich nochmal aufschreiben. Dann kannst du das einfach so machen. Aber es ist ja nicht schlimm, das einfach strukturiert und systematisch zu machen. Kostet vielleicht ein bisschen Zeit am Anfang. Davon haben wir im Abi aber eine ganze Menge. Step 2. Ich möchte die Funktion aber noch ein bisschen umformen, ein bisschen schöner machen. Denn ich kann im Zähler ja noch e hoch 2x ausklammern. Wieder einen Bruchstrich. Dann habe ich e hoch 2x mal Klammer auf 2x minus 1 Klammer zu durch x². Und das ist jetzt die Gleichung meiner Ableitungsfunktion f'. Step 3. Einer meiner Lieblingssteps. Warum? Weil dieser Step in fast allen Rezepten oder sagen wir mal sehr vielen Rezepten auftaucht. und es ja da dieses wunderbare Vorgehen gibt mit Typ und Tool. Welcher Typ liegt vor? Welche Tool kann ich anwenden? Das zeige ich dir gleich. Hochstrich e hoch 2xe mal 2xe minus 1 durch x e². So. Soll 0 sein. e hoch 2xe mal in Klammern 2xe minus 1 geteilt durch x e². Soll 0 sein. Welcher Typ liegt hier vor? Hier liegt eine Bruchgleichung vor, weil x im Nenner steht. Wir können also jetzt mit x e² multiplizieren. Zunächst einmal. Damit wir uns nur den Zähler anschauen. 2xe mal in Klammern 2xe minus 1. E hoch 2xe mal in Klammern 2xe minus 1. Und hier liegt jetzt eine Produktgleichung vor. Das ist eine Produktgleichung. Typ. Produktgleichung Tool. Satz vom Nullprodukt. Ein Produkt wird 0, wenn einer der Faktoren 0 wird. Wenn einer der Faktoren 0 wird. Na ja, schauen wir uns die Sache mal an. Hm. Wir haben zwei Faktoren. Wie sehen die aus? Wie sehen die aus? Na ja, wir haben einmal e hoch 2xe. Und wir haben 2xe minus 1. So. Wenn wir die jetzt einzeln 0 setzen würden. Was würde denn passieren? Machen wir mal. Ich notiere mal. Faktor 1. e hoch 2xe soll 0 sein. Und Faktor 2. 2xe minus 1 soll 0 sein. So. Und Faktor 1 müsste ich jetzt logarithmieren. Das geht nicht. Denn der Logarithmus von 0 ist nicht definiert. e hoch, eine reale Zahl, kann nicht 0 werden. Die e-Funktion hat keine Nullstellen. Hm. Na gut. Aber 2xe minus 1. Das ist doch eine kleine lineare Gleichung. Dann kann ich auf beiden Seiten 1 addieren. Und dann mit 2, mit einem Halb multiplizieren. Beziehungsweise durch 2 teilen. Da komme ich auf xe ist gleich 1 Halb. xe ist gleich 1 Halb. Und das ist jetzt hier meine mögliche Extremstelle. Das ist meine mögliche Extremstelle. xe ist gleich 1 Halb. Wunderbar. Dann brauche ich noch Step 4. Ich mache mal hier oben weiter. Step 4 heißt, prüfe die hinreichende Bedingung. Prüfe die hinreichende Bedingung. Hinreichende Bedingung kann man jetzt mit der zweiten Ableitung machen. Wenn du Bock hast, die Funktion hier noch ein zweites Mal abzuleiten. Ich würde ja immer sagen, wenn das nicht so nice ist, also wenn sich die Funktion nicht so schön ableiten lässt, ist es eine gute Idee, einfach den Vorzeichenwechsel in der ersten Ableitung zu prüfen. Also die Frage, die wir uns stellen, existiert ein Vorzeichenwechsel in der Monotonietabelle? Existiert ein Vorzeichenwechsel in der Monotonietabelle? Und dazu zeichnen wir zunächst einmal eine Monotonietabelle. Eine ganz kleine Monotonietabelle. In der oberen Zeile tragen wir x-Werte ein. In die untere Zeile die Werte für die erste Ableitung. Jetzt füge ich für x ein Halb ein. Das ist ja der Wert, den ich gerade prüfen möchte. Die mögliche Extremstelle. Die erste Ableitung davon ist 0. Warum weiß ich das schon? Na, weil wir so ja überhaupt erstmal auf ein Halb gekommen sind, indem wir die erste Ableitung 0 gesetzt haben. Jetzt brauche ich einen Wert, der kleiner ist als ein Halb und sich gut rechnen lässt. Ich könnte 0 nehmen. 0 liegt aber gerade nicht im Definitionsbereich. Also wähle ich mal minus 1. Ich wähle minus 1 und größer als ein Halb wähle ich 1. Die beiden Werte, die setze ich jetzt in die erste Ableitung ein. Die erste Ableitung haben wir hier. Wunderbar. Ich setze mal minus 1 ein. Dann haben wir e hoch 2 mal minus 1 ist e hoch minus 2. Mal in Klammern. Minus 2, minus 1 ist minus 3. Also e hoch minus 2 mal minus 3 geteilt durch 1. Kannst du auch in der Nebenrechnung machen. Alles gut. Was habe ich gesagt? Minus 3 mal e hoch minus 2 und das ist durch e Quadrat. Also minus 3 geteilt durch e Quadrat. Okay. Wenn wir 1 einsetzen, bekommen wir e hoch 2 mal 2 mal 1 minus 1. Also mal 1 durch 1 ist also e Quadrat. Und jetzt sehen wir, dass ein Vorzeichenwechsel vorliegt. Ein Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus. Von Minus nach Plus. Die erste Ableitung wechselt hier ihr Vorzeichen von Minus in Plus. Minus in Plus heißt negativer Anstieg in positiver Anstieg. Heißt fallend in steigend. Fallend in steigend. f nimmt ein lokales Minimum an. Wir haben also hier gleich einen Tiefpunkt. Wunderbar. Weil wir sollen ja auch die Art des Extrempunkts angeben. Minus in Plus ist ein Tiefpunkt. Und dann bleibt mir nur noch mein Step 5. Step 5. Berechne. f von x e. Also ich möchte jetzt meine mögliche Extremstelle, die ja wirklich Extremstelle jetzt ist, wie wir in Step 4 erfahren haben. Diese Extremstelle, die möchte ich jetzt in f einsetzen. Wo ist nochmal f? Naja, hier oben. f von x gleich e hoch 2x geteilt durch x. Naja, dann habe ich e hoch 2 mal 1 halbes e hoch 1. Geteilt durch 1 halb heißt mal Kehrwert, also mal 2. Und dann komme ich auf einen Funktionswert von 2 mal e. f von x ist f von 1 halb, ist 2 mal e. Kannst du auch langsam und in Ruhe ausrechnen. Gerne in der Nebenrechnung. Und dann bekomme ich die Koordinaten meines Tiefpunktes. Und sie lauten 1 halb und 2 e. 1 halb mal 2 e. Markiere ich noch. Easy. Okay, wir haben bestimmt, ja oder passt, wir haben die Lage ermittelt, denn wir haben ja die Koordinaten an den Start gebracht. Die Koordinaten haben wir herausgefunden, 1 halb und 2 e. Und die Art haben wir auch herausgefunden, es handelt sich nämlich um einen Tiefpunkt. Es handelt sich um einen Tiefpunkt. Das heißt, um die Lage des Extrempunktes zu bestimmen, brauche ich die Steps 1, 2, 3 und 5. Da kriege ich nämlich die Koordinaten raus. Für die x-Koordinate brauche ich die ersten drei Steps, für die y-Koordinate Step 5. Und um die a des Extrempunktes zu bestimmen, brauche ich eben Step 4. Ich muss wissen, wie sich das Vorzeichen der ersten Ableitung verändert. Ich muss wissen, wie sich das Vorzeichen der ersten Ableitung verändert. Hier verändert sich von Minus in Plus. Der Graph ist also erst fallend, dann steigend. Fallend in steigend heißt, f nimmt Minimum an und wir haben dann Tiefpunkt. Der Tiefpunkt hat die Koordinaten 1 halb und 2 e. Und hier haben wir jetzt die ersten fünf Punkte in unserem Analysesteil erzielt. Wenn übrigens irgendwas unklar ist in meiner Erklärung, du nicht alle Sachen verstehst, irgendwelche Fragen auf mir geblieben sind, schreib sie mir gerne in die Kommentare unter diesem Video. Ich werde hier alle Fragen beantworten. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass hier alle Fragen beantwortet werden. Wir schauen uns Aufgabe 2 an. Gegeben ist die in R außer Null definierte Funktion f mit f von x gleich 1 minus 1 durch x², die die Nullstellen x1 gleich minus 1 und x2 gleich 1 hat. Abbildung 1 zeigt den Graphen von f, der symmetrisch bezüglich der y-Achse ist. Weiterhin ist die Gerade g mit der Gleichung x gleich minus 3 gegeben. Ich war schon mal so frei und habe die Gerade g hier eingezeichnet. Eine waagerechte Gerade, die drei Längeneinheiten unter der x-Achse liegt, also die y-Achse im Punkt 0 minus 3 schneidet. Warum minus 3? Naja, weil der y-Wert hier eben minus 3 ist. Jedem x wird die Zahl minus 3 zugewiesen. Jedem x, jedem x, dann entsteht hier eben eine waagerechte Gerade. Okay. Zeigen Sie, dass einer der Punkte, in denen g den Graphen von f schneidet, die x-Koordinate 1 halb hat. in denen g den Graphen von f schneidet. Wir lesen, schneiden und wir wissen, was wir tun müssen, nämlich gleichsetzen. Wir müssen f und g gleichsetzen. Und dafür führen wir nur diesen einen Step aus. Ich notiere hier mal erstmal Aufgabenteil A. Ich führe nur einen Step aus, der heißt Step 1. Setze gleich. Setze gleich. Fast alles funktioniert hier über diese Steps. Also ich wende Steps an, damit ich genau weiß, was ich tun muss. Setze gleich. f von x gleich e von x. So, machen wir mal. Wir unterstreichen erstmal noch. So, setze gleich. f folgt der Gleichung 1. Minus 1 durch x² ist gleich. Minus 3. Ich glaube, jetzt die beiden Funktionsgleichungen gleiches jetzt. Und ihr könnt jetzt diese Gleichung lösen. Dann würde ich wahrscheinlich auf 1 halb und minus 1 halb kommen. 1 halb und minus 1 halb? Na, ich habe doch jetzt zwei Schnittstellen. Wenn ich hier auf x hochlaufe, dann kriege ich eben 1 halb und auf jeden Fall minus 1 halb. Denn der Graph ist ja symmetrisch bezüglich der y-Achse. Das heißt, das weiß ich schon. Kann ich machen. Ich kann aber auch einfach 1 halb einsetzen und zeigen, dass die Gleichung stimmt. Da steht ja, zeigen Sie das. Das heißt, wir wissen, dass es so ist. Das heißt, ich setze 1 halb ein. Dann habe ich 1 minus 1 geteilt durch 1 halb zum Quadrat ist gleich minus 3. Dann bekomme ich 1 minus 1 geteilt durch ein Viertel ist gleich minus 3. Jetzt habe ich einen Doppelbruch. Das ist eigentlich überhaupt nicht sympathisch. Kriegen wir hier aber hin. Denn 1 geteilt durch ein Viertel geteilt durch ein Bruch heißt multipliziert mit dem Kehrwert 1 durch ein Viertel hier oben kurz eine Nebenrechnung 1 durch ein Viertel das gleiche wie 1 mal 4. Das ist das gleiche wie 4. Dann bekomme ich 1 minus 4 ist gleich minus 3. Dann bekomme ich minus 3 ist gleich minus 3. Das ist eine wahre Aussage. 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 Und das bedeutet, x gleich 1 halb ist Schnittstelle. x gleich 1 halb ist Schnittstelle. Denn wir haben ja hier an der Stelle hier haben wir ja 1 halb eingesetzt. Setze ein. x gleich 1 halb. Wir haben x gleich 1 halb eingesetzt und weil wir x gleich 1 halb eingesetzt haben und dann eben eine wahre Aussage rauskriegen minus 3 gleich minus 3 wissen wir, dass x gleich 1 halb Schnittstelle ist. x gleich 1 halb ist eine Schnittstelle. x gleich minus 1 halb ist übrigens wie gesagt auch eine Schnittstelle. Weil sich das Minus beim Quadrieren eben wieder aufheben würde. Aber danach war ja nicht gefragt. Für diese Lösung würden wir jetzt einen netten kleinen Punkt bekommen. Aufgabe 2b. 2b. Oh ja, die wird toll. Bestimmen Sie rechnerisch den Inhalt der Fläche, die der Graph von f, die x-Achse und die Gerade G einschließen. Okay, die Fläche müssen wir uns erstmal ansehen, die der Graph von f, die x-Achse und die Gerade G einschließen. Das ist doch diese illustre Fläche hier, oder? Oben wird die Fläche begrenzt durch die x-Achse, unten durch die Gerade G und links und rechts durch den Graph von der Funktion f. Diese Fläche, der Inhalt dieser Fläche ist jetzt zu bestimmen. Okay. Wie machen wir das? Wenn wir ein Integral machen würden, würde es hier unten ja auch weiterlaufen. Das geht schon mal so nicht. Also wir können nicht einfach das Integral von minus 1 bis 1 nutzen. Das bestimmte Integral funktioniert hier nicht, zumindest nicht von minus 1 bis 1. Schauen wir noch mal in die Aufgabe davor. Wir sollten zeigen, dass x gleich 1 halb die Schnittstelle ist. Aber warum? Warum sollten wir da zeigen? Naja, weil wir das für Aufgabe 2b brauchen. Ich zeichne mal zwei Strecken ein. Zwei senkrechte Strecken und noch zwei waagerechte Strecken. Und dann sehe ich, dass hier ein Rechteck einbeschrieben ist. Das male ich mal noch orange aus. Und dann habe ich da links und rechts von diesem Rechteck zwei gekrümmte Teilflächen, die ich auch noch mal hier schön einzeichne. Dann entstehen hier drei Teilflächen. A1 und ja, das Rechteck hier nennen wir mal A2 und dann haben wir noch A3. A1 und A3 sind gleich groß. Kann ich notieren. A1 gleich A3. A1 gleich A3. Woher wissen wir das? Na, weil in der Aufgabenstellung symmetrisch steht. Das ist ja großartig. Das heißt, wir können da gleich einfach irgendwas verdoppeln oder spiegeln irgendwie so. So, jetzt machen wir hier mal einen schönen Ansatz. Der Ansatz für die Fläche sieht folgendermaßen aus. A ist gleich A1 plus A2 plus A3. Also pink plus orange plus pink. Okay, A1 plus A2 plus A3. Beziehungsweise, wir haben ja gesagt, dass A1 gleich A3 ist. Wir können also auch schreiben A3 plus A2 plus A3. A1 ist gleich A3. Kann ich auch bei A3 bleiben. A3 wird unverändert und in der Mitte haben wir noch A2. Warum nehme ich nicht A1? Na, weil uns A1 gleich auf negative Werte bringen wird beim Integral. Deswegen bleibe ich bei A3. Kann also schreiben, A, also die gesamte Fläche ist gleich orange Fläche plus zweimal die pinke Fläche. Das Rechteck in orange und zweimal die gekrümmte Fläche in pink. Okay, A ist gleich. Zunächst mal kommt jetzt A2, also die Fläche des Rechtecks. Fläche eines Rechtecks, Länge mal Breite, A mal B. Wir brauchen zunächst mal hier diese Strecke. Die geht von minus ein Halb bis ein Halb. Das ist also 1. Okay. Und dann nehmen wir noch diese Strecke hier. Wie lang ist die? Und drei Längeneinheiten. Warum? Naja, weil Y gleich minus 3. Y ist also eine waagerechte Gerade, die drei Längeneinheiten unter der X-Achse liegt. Kann notieren, die orangen Fläche hat eine Größe von 1 mal 3 Flächeneinheiten. Das ist A2. Und jetzt kommt eben dieser Anteil dieser gekrümmten Fläche. Das schreibe ich jetzt auf zweimal. Und jetzt kommt eben ein Integral. Jetzt muss ich ein Integral lösen. Betrag, bestimmtes Integral von 1 halb bis 1. Und f von x die x betrag wieder zu. Warum von 1 halb bis 1? Naja, weil wir hier einmal 1 halb haben und hier einmal 1. Das sind die beiden der Wahlgrenzen. Juti. Dann haben wir ist gleich 3 plus 2 mal. Da ziehe ich einfach jetzt immer mit. Jetzt trage ich hier die Funktionsgleichung ein. 1 minus x hoch minus 2 schreibe ich mal direkt. Statt 1 durch x² schreibe ich x hoch minus 2. Gut. A ist gleich. 3 plus 2 mal. Jetzt wird integriert, würde ich sagen. Wir integrieren eine Runde. 1 ist integriert x. Und x hoch minus 2 minus x hoch minus 2 da müssen wir jetzt integrieren. Wir addieren im Exponenten 1 hinzu. Minus 2 plus 1 ist minus 1. Haben also x hoch minus 1. Und jetzt teilen wir den alten Vorfaktor durch den neuen Exponenten. Minus 1 durch minus 1. Minus 1 durch minus 1 ist plus 1. Ich kann hier also ein Plus machen. Schreibe hier die Grenzen ran. Betrag wieder zu. Und dann ist Ruhe im Karton. Das ist jetzt eine Stammfunktion. x plus x hoch minus 1 ist eine Stammfunktion von 1 minus x hoch minus 2. Kann man ableiten. x ist abgeleitet 1. x hoch minus 1 ist abgeleitet. Minus x hoch minus 2. Minus kommt nach vorne. Oben einer weniger. Easy. ist gleich 3 plus 2 mal. Jetzt wende ich den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung ein. Also setze ich die Grenzen ein. Fangen mit oben an. Hab dann 1 plus 1 hoch minus 1 minus 1 halb plus 1 halb hoch minus 1. So. Okay. Das ist jetzt einfach ein Rechenspiel. a ist gleich 3 plus 2 mal Betrag. 1 plus 1 hoch minus 1 ist 2 minus 1 halb plus 1 halb hoch minus 1. 1 halb hoch minus 1 ist wieder 2. Statt 1 halb hoch minus 1 kann ich 2 schreiben. Und 1 halb plus 2 sind 5 halbe. 2 minus 5 halbe. Und jetzt sehen wir schon warum wir die Betragsstriche setzen müssen. Weil die Zahl gleich negativ wird. Das Integral, das bestimmte Integral hat einen negativen Wert. Der Flächeninhalt ist dennoch positiv. Deswegen brauchen wir Betragsstriche. Und dann haben wir 3 plus 2 mal 2 minus 5 halbe sind 4 halbe minus 5 halbe ist minus 1 halb. Minus 1 halb. Davon der Betrag ist 1 halb. Und jetzt kriege ich hier mein Flächeninhalt. Groß a 3 plus 2 mal 1 halb ist 3 plus 1 hier Flächeneinheiten. a 4 Flächeneinheiten. Wenn die Rechnung kompliziert ist oder man viel rechnen muss ist es ganz häufig so dass das Ergebnis am Ende ganz wunderschön aussieht. Wie in dem Fall a 4 Flächeneinheiten. Das Rechteck in Orange hat einen Flächeninhalt von 3 Flächeneinheiten. Und die beiden pinken Anteile links und rechts vom Rechteck die beiden Anteile a1 und a3 die haben jeweils einen Flächeninhalt von 1 halb. Wenn wir die beiden Flächen zusammenfassen a1 und a3 dann ergibt sich eben 2 mal 1 halb 2 mal 1 halb ist 1 und 3 plus 1 ist entsprechend 4. Und das ist der Inhalt der Fläche die der Graph von f die x-Achse und die Gerade g einschließen. Nach so viel zauberhaftem Rechnen haben wir jetzt noch mal eine schöne Aufgabe in der wir ein bisschen inhaltlich arbeiten. Aufgabe 3 Die nebenstehende Abbildung 2 zeigt den Graphen einer Funktion f. Okay. Graph einer Funktion f Abbildung 2. Noch nichts passiert. Aufgabe 3a für drei Punkte. Einer der folgenden Graphen 1, 2 und 3 gehört zur ersten Ableitungsfunktion von f. Ableitungsfunktion. Okay. Geben Sie diesen Graphen an. Begründen Sie, dass die beiden anderen Graphen dafür nicht in Frage kommen. Und das ist in der Aufgabenstruktur jetzt sehr interessant. Denn wir bekommen ja schon einen Punkt, wenn wir den Graphen angeben. Das heißt, wenn wir jetzt blind raten und den korrekten Graphen angeben, wird es dafür einen Punkt geben. Das ist ja schon mal lustig. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir gar keine Ahnung haben, raten wir einfach und kriegen vielleicht einen Punkt. Und wir sollen jetzt noch etwas begründen und zwar, dass die anderen beiden Graphen dafür nicht in Frage kommen. Also wir sollen nicht begründen, warum der Graph, den wir auswählen, zur Ableitungsfunktion gehört, sondern wir sollen sagen, warum die anderen beiden eben nicht zur Ableitungsfunktion gehören. Okay, schauen wir uns doch die Graphen 1, 2 und 3 mal an. Sind alle Parabeln, würde ich mal intuitiv sagen. Alle Parabeln. Und die sind alle nach oben geöffnet. Parabel 1 und Parabel 3 haben die gleichen Nullstellen. Parabel 1 und Parabel 2 haben den gleichen Tiefpunkt. Das deutet schon mal auf Graph 1 hin. Warum? Naja, weil wir zwei Kriterien festgelegt haben, nämlich Nullstellen und Tiefpunkt. Und wir haben hier immer Paare. 1 und 3 haben die gleichen Nullstellen und 1 und 2 haben den gleichen Tiefpunkt. 1 ist immer dabei. Und es ist tatsächlich auch Graph 1. Es ist hier Graph 1. Das heißt, Aufgabe 3a können wir zunächst mal hier den Graphen der Ablehnungsfunktion angeben. Das ist hier nämlich Graph 1 und das ist mein Ergebnis. Graph 1 gehört zu Öffstrich und dafür gibt es einen Punkt. Okay, jetzt sollen wir begründen, dass die anderen bei den Graphen dafür nicht in die Frage kommen. Und dazu schauen wir uns nochmal den Graphen der Funktion f an. Der Graph der Funktion f, der hat doch zwei Extrempunkte. Einmal hier und einmal hier. Die Extremstellen, dazu heißen doch Minus 2 und 2. Wenn Minus 2 und 2 Extremstellen von f sind, dann müssen Minus 2 und 2 doch Nullstellen von f' sein. Minus 2 und 2 müssen Nullstellen von f' sein. Welche Graphen erfüllen denn das? Naja, einmal Nullstelle bei Minus 2, einmal Nullstelle bei 2. Das heißt, Graph 1 erfüllt dieses Nullstellen-Kriterium. Graph 2 hat bei Minus 2 und 2 keine Nullstellen. Der hat die irgendwie hier. Der erfüllt dieses Nullstellen-Kriterium nicht. Graph 3 erfüllt das Nullstellen-Kriterium wieder. Denn der hat auch zwei Nullstellen, nämlich bei Minus 2 und 2. So, das heißt, Graph 2 kommt nicht in Frage, denn Graph 2 hat nicht die Nullstellen Minus 2 und 2. Die müssen aber Nullstellen sein, wenn wir eine Ableitungsfunktion untersuchen. f hat die Extremstellen Minus 2 und 2, demzufolge muss f' die Nullstellen Minus 2 und 2 haben. Graph 2 gehört nicht zu f' da seine Nullstellen nicht mit den Extremstellen von f übereinstimmen. Die Nullstellen der Ableitungsfunktion sind die Extremstellen der Ausgangsfunktion. Oder andersrum, die Extremstellen von f sind die Nullstellen von f'. Extremstellen von f sind die Nullstellen von f'. Das ist ja gerade die notwendige Bedingung für die Existenz einer Extremstelle. Ist hier bei Graph 2 nicht übereinstimmt. Deswegen ist Graph 2 leider raus. Bin mal heute richtig konfrontativ und streicht das Ding mal durch. Und warum kommt Graph 3 jetzt nicht in Frage? Schauen wir uns noch mal den Graphen der Funktion f an, also Abbildung 2. Zeichne mal eine Tangente ein. Die Tangente, die den Graphen der Funktion f an der Stelle Null berührt. Welche Steigung hat jetzt diese Tangente? Welche Steigung hat diese Tangente? Naja, ich würde sagen so um und bei minus 1. Vielleicht ein bisschen flacher, also sowas wie minus 0,8 minus 0,9. Naja, und wenn wir uns den Graphen 1 mal ansehen, da ist ja genau das der Fall. Da sehen wir ja einen Wert von um und bei minus 1. Ich schätze mal minus 0,8. So, das heißt, die Steigung an der Stelle Null, die muss minus 0,8 sein und nicht minus 2, irgendwas. Graph 3 gehört nicht zu f' da die Steigung von f in x0 gleich 0 circa den Wert minus 0,8 annimmt und nicht circa minus 2,2. Wenn Graph 3 die Ableitungsfunktion von f' darstellen würde, dann müsste, naja, die Tangente der Funktion f in 0,0 eben viel steiler sein, würde also ungefähr so aussehen. Ist hier nicht der Fall. Demzufolge ist Abbildung 3 aus. Okay. Und das wären nochmal weitere drei Punkte. Wir haben Aufgabe 3a gelöst, kriegen dafür drei Punkte. Wir haben den Graphen angegeben, der die Ableitungsfunktion darstellt. Es ist der Graph 1 und wir haben begründet, warum die anderen beiden Graphen dafür nicht in Frage kommen. Graph 2 kommt nicht in Frage, weil seine Nullstellen nicht bei minus 2 und 2 liegen. Und Graph 3 kommt dafür nicht in Frage, weil f' von 0 nicht bei circa minus 0,8, sondern bei circa minus 2,2 liegt. Aufgabe B machen wir auch noch ganz zügig. Die Funktion f ist Stammfunktion von f. Es muss also gelten, f' von x ist f von x. Kannst du immer aufschreiben, eine Funktion f ist Stammfunktion von f. Genau dann, wenn das gilt. Genau dann, wenn gilt, f' von x gleich f von x. Also eine Funktion, die abgeleitet gerade f ergibt. Also klein f. Klein f ist jetzt also bereits die Ableitung einer anderen Funktion, die wir groß f nennen. Klein f ist eine Ableitungsfunktion. Und jetzt schauen wir uns das Intervall von 1 bis 3 an. Und da liegt doch der Graph der Funktion klein f unterhalb der x-Achse. Das ist also kleiner 0. Im Intervall von 1 bis 3 ist klein f also auf jeden Fall immer kleiner 0. Und wenn das der Fall ist, dann ist Groß f da immer auf jeden Fall monoton fallend. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Kiste, muss ich sie bloß ein bisschen veranschaulichen. Schauen wir noch mal in die Grafik. Im Intervall von 1 bis 3 sind die Funktionswerte der Funktion f alle negativ. Die Funktionswerte sind alle negativ. Das bedeutet, wenn das eine Ableitungsfunktion ist, ist der Graph in diesem Intervall im Monoton fallend. Okay, schreiben wir das doch mal auf. Ich schreibe mal für alle für alle x im Intervall von 1 bis 3 gilt f von x kleiner als 0. Also für alle x, die im Intervall von 1 bis 3 liegen, ist der Funktionswert kleiner 0. Damit gilt auch, dass die erste Ableitung der Stammfunktion, also Groß f' von x kleiner 0 ist. Und damit gilt, dass Groß f in 1,3 Groß f ist für alle x nee, schauen wir mal anders. Groß f ist im Intervall 1,3 streng monoton fallend. Streng monoton fallend. Groß f ist im Intervall 1 bis 3 streng monoton fallend. Warum? Weil die Ableitungsfunktion von Groß f, nämlich Klein f, in diesem Intervall von 1 bis 3 nur Werte annimmt, die kleiner als 0 sind. Und das ist ja gerade die Bedingung für monoton fallend. Okay, ist doch nice. Nice Aufgabe. Dafür gibt es zwei wundervolle Punkte. Easy. Kriegt man easy hin. Es ist meistens nur dieser eine Gedankenschritt, den wir ausführen müssen. Wir überlegen uns, welcher Graph ist denn jetzt hier Ableitungsfunktion? Naja, der Graph von Klein f ist Ableitungsfunktion. Überall da, wo die Funktionswerte unter der x-Achse liegen, ist der Ausgangsgraph, der in dem Fall Groß f heißt, monoton fallend. Das sind hier die Überlegungen. Wir schauen auch mal rein, ob wir den Operator erfüllt haben. Geben Sie es Monotonieverhalten von Groß f an. Haben wir gemacht im Intervall von 1,3. Begründen Sie Ihre Aussage haben wir auch gemacht. Ist eine kurze und knappe Begründung, reicht aber hier aus meiner Sicht völlig aus. Und Aufgabe 4, die schaffen wir auch noch. Betrachtet wird eine Schar von Funktion hk mit k Element r plus. Positive reelle Zahlen. Die sich nur in ihrem jeweiligen Definitionsbereich dk unterscheiden. hk folgt der Gleichung hk von x gleich cosinus von x. Der Definitionsbereich umfasst das Intervall von 0 bis k. Das bedeutet, dass, naja, die Schar aus unterschiedlich langen Funktionsgrafen besteht. Und k gibt quasi an, wie lang dieser Funktionsgraf ist. Es ist keine schöne mathematische Formulierung. Bei k wird der Funktionsgraf quasi abgeknipst. Dargestellt ist also der Graph der Funktion h7. h7. Heißt, bei 7 schneiden wir den Graph der Cosinus-Funktion einfach ab. Dann machen wir einen Cut. Okay. Wir können auch für k den Wert 3 wählen. Dann würden wir den Graph der Cosinus-Funktion bei x gleich 3 abschneiden. Demzufolge entsteht hier eine Schar von Funktionen, die alle unterschiedlich lang sind. Das ist wirklich keine schöne Formulierung, aber du weißt, was dir meint ist. Du weißt, was dir meint ist. Und wir sollen jetzt den größtmöglichen Wert von k angeben, sodass die zugehörige Funktion hk umkehrbar ist. Was heißt denn das? Oder anders du fragst, wann ist denn eine Funktion umkehrbar? Wann ist denn eine Funktion umkehrbar? Ja, wenn sie eineindeutig ist. Eineindeutig? Es darf keine 2x-Werte geben, die den gleichen Funktionswert haben. Es darf keine 2x-Werte geben, die den gleichen Funktionswert haben. Das heißt, der Graph der Funktion h7, der ist nicht umkehrbar. Der ist definitiv nicht umkehrbar. Warum nicht? Weil f von Pi halbe gleich f von 3 halbe Pi. Ich habe hier die Nullstellen. Die kann ich mir hier ansehen. Bei Pi halbe und bei 3 halbe Pi müsste das sein. Da haben wir den y-Wert 0. So. Und da würde die Umkehrfunktion zweimal die y-Achse schneiden. Das geht nicht. Parallele zur y-Achse dürfen immer nur einmal geschnitten werden. So wie der Graph der Funktion. Alle Parallelen zur y-Achse werden maximal einmal geschnitten. Und auch wenn ich die Funktion umkehren würde, dann würde ich den Graphen ja spiegeln, dann darf dieser neue Graph auch dann Parallele zur y-Achse eben nicht mehr als einmal schneiden. Okay, was bedeutet das grafisch? Na ja, grafisch entsteht der Graph der Umkehrfunktion, nämlich den Graphen der Ausgangsfunktion genau an dieser Gerade hier spiegele. Das ist die Winkelhalbierende des ersten Quadranten. Eine Gerade, die der Gleichung y gleich x folgt. y gleich x und daran wird jetzt gespiegelt. Daran wird jetzt gespiegelt. Das ist jetzt gar nicht so simpel, finde ich, wenn man das präzise machen möchte. Wir müssen auf jeden Fall hier beim Punkt 0 1 starten. 1 0. Da geht's schon los. Da geht's schon los. 0 1 ist Element des Graphen von h. Demzufolge ist 1 0 Element des Graphen der Umkehrfunktion von h. Was haben wir noch? Wir haben 0 und pi halbe. Also haben wir hier ne, also wir haben pi halbe und 0. Also haben wir hier 0 und pi halbe. Also irgendwie so. Ja. Dann haben wir pi und minus 1. Also haben wir hier minus 1 und pi. so ungefähr. Okay, ich kann also mich hier, kann mich also vom Startpunkt zur y-Achse bewegen und dann auf jeden Fall auch bis zum Punkt minus 1 pi. Aber dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Weiter kann ich nicht laufen, weil wenn ich jetzt wieder in Richtung der y-Achse mich bewegen würde, hier diese Kurve noch machen würde, dann würde ich mich ja wieder auf die y-Achse zu bewegen und dann gäbe es eine Parallele gerade zur y-Achse, die mehrfach geschnitten werden würde und dann haben wir eben keinen Graph mehr einer Funktion. Dann haben wir irgendwie nur eine Kurve. Und das muss ja eben erfüllt sein. Das muss erfüllt sein, dass der Graph der Umkehrfunktion ja eben auch zu einer Funktion gehört. Also dass Parallele zur y-Achse eben nicht mehrfach geschnitten werden dürfen. Demzufolge darf ich diese letzte Kurve hier eben nicht nehmen. Ich kann das auch anders formulieren. Ich kann mich auch fragen, bis zu welchem x-Wert kann ich den Graphen der Funktion h entlanglaufen, bis ein y-Wert entsteht, den wir schon mal angenommen haben, der schon mal irgendwo entstanden ist. Und das mache ich mal. Ich laufe jetzt mal den Graphen der Funktion h hier entlang, laufe hier entlang, runter, bis zum Tiefpunkt. Und wenn ich jetzt weiter hochgehen würde, bei pi, dann würde ja wieder ein Funktionswert entstehen, der vorher schon mal angenommen wurde. Und das darf nicht sein. Dann ist das Ding nicht mehr umkehrbar. So und so würde ich hier argumentieren. Demzufolge wäre mein Wert k oder mein größtmöglicher Wert k, den ich hier einsetzen kann, damit die Funktion noch umkehrbar ist, eben pi. Und den soll ich auch nur angeben. Das heißt, da muss ich nicht viel zu sagen. k max ist gleich pi. Fertig. k max ist pi. Das ist der maximale Wert von k, für den die Funktion h k noch umkehrbar ist. Muss ich nicht weiter begründen, muss ich nur angeben, habe ich gemacht, fertig. Gezeichnet habe ich auch, bin ich auch fertig. Und das ist alles. Ich kann den Graphen vielleicht noch beschriften, muss ich also hier glaube ich nicht machen. Aber wenn ich es machen möchte, dann wäre das eben der Graph g der Funktion h pi quer. Also ich wähle aus der Funktionsschar h k den Graphen der Funktion h pi aus, erzeuge davon die Umkehrfunktion, die heißt dann h pi quer und den Graphen, den habe ich hier in Rot eingezeichnet. Die Aufgabe ist natürlich auch hier tricky ein bisschen, weil ja eben im Koordinatensystem noch viel mehr Platz ist. Deswegen könnte man denken, dass man hier oben eben noch mehr einzeichnen muss. Ist hier aber nicht der Fall. Auf jeden Fall nur bis y gleich pi laufen. Das muss sichtbar sein. Gut, dafür gibt es nette drei Punkte und wir haben noch ganz unten die Aufgabe 4b. Die schauen wir uns auch noch an. Geben Sie den Term einer r-definierten und umkehrbaren Funktion j an, die folgende Bedingung erfüllt. Der Graph von j und der Graph der Umkehrfunktion von j haben keinen gemeinsamen Punkt. Okay. Okay, Cosinus können wir schon mal vergessen. Sehen wir, hier ist ein Schnitt. Das funktioniert schon mal nicht. Gibt es eine Funktion j, deren Graph bei Spiegelungen y gleich x mit dem entstehenden Graphen keinen gemeinsamen Punkt hat? Gibt es das? Naja, und da sollen wir jetzt nur einen Funktionsterm angeben. Das heißt, das wird jetzt nicht allzu komplex sein. Was gibt es denn so für Funktionen, die du kennst, die hin und wieder mal gespiegelt werden? Hm. Tja, was fällt uns denn da so ein? Weil wenn wir aus dem rechten Parabelast eine Wurzelfunktion machen, dann haben die auf jeden Fall einen Schnitt. Das ist schon mal raus. Sinus, Cosinus funktioniert schon mal nicht aus bekannten Gründen. Kubische Funktion ist auch raus. Hm. Gibt es denn noch so viele schöne Funktionen? Naja, ich würde es mal angeben. Hier, E-Funktion, ja. J von X J von X gleich E hoch X Die Umkehrfunktion dazu heißt Ln X ja. Jx ist E hoch X J quer von X ist Ln X und E hoch X und Ln X haben eben keinen gemeinsamen Punkt. Und damit wären wir hier schon durch. Wir müssen doch nicht weiter begründen, sondern wir müssen einfach einen Funktionsterm angeben. Habe ich hier getan? J von X gleich E hoch X wenn du dir die beiden Graphen anschaust E hoch X und Ln X wirst du feststellen, dass die keinen gemeinsamen Punkt haben. Aufgabe hier erfüllt. Ach ja, unterstreichen nicht vergessen. So. Okay, das gehört zu Aufgabenteil A, das gehört zu Aufgabenteil B. Alright. Ach, und ein Häkchen muss ich auch noch setzen. Hier unten, da haben wir einen Term angegeben. Easy. Fertig. Für diesen Aufgabenteil gibt es fette fünf Punkte. Und wofür? Na ja, für einmal K gleich Pi aufschreiben, für eine kleine Schlangenlinie zeichnen und für J von X gleich E hoch X aufschreiben. Ist doch easy. Ganz geile Aufgabe. Sieht kompliziert und komisch aus, wird aber super hoch bepunktet. Mega die geile Aufgabe. Okay, das war sie. Die hilfswittelfreie Analysis-Aufgabe aus dem Jahr 2019. Es war viel Material, es war viel Grafik. Wir haben hier rechnet, wir haben begründet, wir haben hier zeichnet. All diese schönen Dinge. Wenn alles gut gegangen ist, hättest du jetzt in diesem Teil 20 Punkte bekommen. Danke dir, dass du dabei warst. Ich danke dir für eine intensive Rechensession. Ich fand die Abi-Aufgabe ziemlich nice. Mir hat es großen Spaß gemacht. Wie war es bei dir? Schreib mir gern. Und wenn du noch Bock auf weitere Videos hast, schau gern öfter vorbei. Lass uns zusammen rechnen. Ich möchte mit dir zusammen besser werden. Ich hab da richtig Bock drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass es dir gut gehen. Schönen Tag für dich. Ciao und tschüss. Dein Rick 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 Dein Rick